YouTube ist ein 2005 gegründetes Videoportal des US-amerikanischen Unternehmens YouTube LCC. Seit 2006 eine Tochtergesellschaft von Google, besitzt im kalifornischen San Bruno. Die Benutzer können auf dem Portal kostenlos Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen. Im Jahr 2014 machte YouTube etwa 4 Milliarden US-Dollar Umsatz, größtenteils durch das Abspielen von Werbespots. Instagram ist ein kostenloser und werbefinanzierter Online-Dienst zum Teil von Fotos und Videos, der zu Facebook gehört. Instagram ist eine Mischung aus Mikroblog und audiovisueller Plattform und ermöglicht es, Fotos und Videos auch in anderen sozialen Netzwerken zu verteilen und zu verbreiten. Twitter ist der Mikroblogging-Dienst des Unternehmens Twitter. Auf Twitter können angemeldete Nutzer telegrammierte Kurznachrichten verbreiten. Die Nachrichten werden auch Tweets genannt. Durch diese Tweets können auch Medien und Videos geteilt werden. Wie ist dieguляnd? Bis zum nächsten Mal. Anwendet Köln. Vielen Dank.